Ich hab mich dann mal geschossen. Na komm kurz. Na komm kurz. Na komm kurz. Wir sind schon draußen vielleicht. Hab ich gegenseitig angeschossen. What? Da können wir die Runde bitte nicht verdienen. Ich hab so Angst. Warum bist du in meinem Spot, Digga? Was ist das? Oh Gott, es ist kurz. Oh Gott. Uff, letzter T-Spawn. Easy. Wie stehst du? Gehst du auf WAN? Ich hüpfe gleich rauf. Kannst du mir einmal reinflashen? Ich hab A-Smog. Und der Decoi. Okay, dann ist der Decoi rein. Wann? Jetzt? Oh, jetzt. Oh. Er war nicht flasht. Er weiß gar nicht, dass er Decoi war. Wie zieht der denn rum? Warum ziehst du Stairs rum? Wie viele Chromosome kann man haben? Was? Oh mein Gott, ich bin der beste Spieler da drin. Ich mach jetzt ein zorniges Nachsword. Nicht immer los. Dass er da guckt. Was? Danke. 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 Danke.